Das Grundstück des Aldi-Komplexes in der Schulstraße wird vorerst nicht verkauft. Den Stadträten war der von einem Gutachter und der Verwaltung vorgeschlagene Preis von 20 Euro pro Quadratmeter zu gering. Die Stadt solle mindestens den Durchschnitt der Grundstückspreise in dieser Altstadtlage fordern, hieß es im Verwaltungsausschuss. Von 46 Euro war dort die Rede. Am Rande der Diskussion wurde bekannt, dass der Supermarkt nicht wie angekündigt geschlossen wird, sondern am Standort verbleibt.